Und ich laufe und guck mal, was Ballon ist da unten. Ich verpasse alles. So ein Ärger. Level 10 mit vielen Stachelschweinen. So, das lasse ich jetzt einfach mal hinter mir hier. Oh, Achtung, Stachelschweine. Sind die schnell. Leckt mich am Arsch. Oh, Hilfe, Mutterstachelschweine. Ist schon wieder sauer auf mich. Ah, Ficken. Oh, nee. Ich muss von Anfang an anfangen. Sonst würde ich ja nicht anfangen heißen. Oh, Entschuldigung. Was passiert? Das gebe ich doch nicht. Bin ich zu blöd oder wat? So, jetzt versuchen wir das. Ah, scheiße. Oh, fick dich in das Knie. Ist das schwer. Ich kann das Spiel nicht mehr. Was war ich da mal so jux? So, hüpft an mir einfach auf den Kopf, dieses eklige Vieh. So, nicht denselben Fehler noch mal machen. Marshmallow an den Arm. Oh, ich glaube, hier brauche ich eine Uhr. Da brauche ich mal besser eine Uhr. Da nehmen wir doch die Uhr. Bitteschön. Sicher ist sicher. Zwischenspeicher. Alle tot. So. Ah. Zwischenspeicher. Sehr gut. So, da wären wir. Heavy. Le Balloni-Alarm. Fah, du Kleiner. Der schießt dich die Steine unter die Füße weg. Leck mich am Arsch. No more more. Ah, ja. Komm dir das an, dieses kleine, dreckige Mistvieh. Scheißen-Dreck. Da kriegst du doch die Krätze im linken Fuß. So, jetzt noch mal. Weg mit dir. Oh, Angriff der Killer-Seesterne. Weg mit euch. Okay. Weg. Oh, ne lecker Bömpchen haben wir wieder rum. Das Seesterne ist im Stein eingeschlossen. Ich kann nicht mehr reden. Mensch. So, Hilfe. So, weiter geht's. Oh, da ist ein Zwischenspeicher. Hilfe, den nehme ich doch. Oh, Hilfe. Oh. Eine Uhr. Sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Oh. Scheiße. Ja, ich krieg die Anfälle. Okay. Noch ein Geier. Ich krieg die Anfälle. Ja. Hey. Nein. Hilfe. Hauptsache, ich hab das blaue Ding gegangen. Egal. Jetzt kann ich ruhig sterben. Jetzt kann ich hier wieder anfangen. Oh, verpisst euch, ihr misst Gesocks, ja. So, Sandhaufen, verpisst dich. Und tschüss, ab ins nächste Level. Hard and Heavy auf dem C64 seht ihr gerade live und in Farbe oder sowas ähnliches. Während wir wieder hier die Luftballons killen, sind wir auch schon in Level 14. Das heißt, die Hälfte haben wir schon auf jeden Fall geschafft. Ich weiß nicht mehr, wie viel es waren. Ich glaube, 24 oder 25. So, um den Dreh. So. Oh, böse Plattformen. Hilfe. Oh, lustiges Spiel. So, ich muss mich gerade mal ein bisschen konzentrieren hier. Es wird hier langsam ein bisschen schwierig. Hopp. Oh, ein lecker Pömpchen habe ich wieder bekommen. Oh, hier muss man aufpassen, hier ist ein Sandhaufen. Da nehme ich doch gleich mal so ein lecker Pömpchen. Zack, weg ist er. Hier muss ich nämlich drauf. Zwischenspeicher. Wichtig. Okay, das war's. So. Weiter geht's. Level Nummer 15 für euch. Mit bösen Stachel, Schweinsges. Und Totenköpfen. Oha, Hilfe. Hilfe. Doppelhilfe. Scheiße. Oha. Da muss man so oft draufschießen, bis die kaputt gehen. Da habe ich schon keinen Bock zu. Da hüpfen wir mal graziert rüber. Dann läuft das schon. Hä? 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 Oh, ich hoffe, da bin ich jetzt noch draufgekommen auf dieses Ding. Natürlich nicht. Ich muss natürlich da. Na, ist klar. Das war ja wieder so was von Scheißdreck. Klar. Hä? Mensch, jetzt hier Turbo. Ah, egal. Drüber. 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 Jetzt mal ein bisschen richtig. So, ui. So, du blöder Sandhaufen. Verpiss dich, gefälligst. So, draufgelaufen. Oha. Hilfe. Angriff der Killer Skorpione. Oh, und der schießt mich gleich mal tot. Aber jetzt macht's nix. Jetzt kann ich ihn töten. Schau, weg ist er. So, lecker Diamantchen einsammeln. Na komm, ein bisschen zackelisch. Oh, reicht. Langsam wird's schwieriger. Was haben wir denn hier hübsches? Oh, ne Uhr, Geinomat. Jetzt muss ich nur noch schießen, dass die tot gehen. Das viel Zeugs. Schweres Level. Oh, ne. Ich glaub, da brauch ich ne Uhr. Manometer. So, jetzt nehm ich einfach mal ne Uhr. Und lauf hier grazil über diese ganzen Erdhaufen. Du, schpopp. Macht nix. Oh, ist das schwer. Lecko mio. Oh, ne. Ich glaube, ich brauch noch ne Uhr. Oder ein Bömmchen. Zumindest ein Bömmchen. Mit nem Bömmchen sind wir hier bedient. Oh, ne. Das schaff ich nicht. So. Jetzt zünde ich mal ein Bömmchen. Zack. Oh. Da hat sich eine Spitze bei mir hinten reingebohrt. Oh, ne. Wäre ich jetzt vom anderen Ufer, würde ich sagen, ach, wie geil ist das denn. Aber ne, so nicht. So, gut. Dann muss ich noch ein Bömmchen opfern. Sicher ist sicher. Schon wieder den Selfie. Ich glaub es nicht. Ich glaub es nicht. Leute. Jetzt nochmal. Okay. Jetzt hat die Leertaste bei mir nicht reagiert. Ich krieg die Krise. Okay. Wir haben Zeit. Ich sollte gleich hüpfen, dann funktioniert's. So, jetzt. So ein Kacke. Ich bin im Moment in einer kleinen Krise spielerisch hier gesehen. Das gibt's nicht. Ich treff dieses kleine verpiste Gnom nicht. Das dauert noch ein bisschen. Aber gleich. So, wenn's jetzt gleich nochmal passiert, dann setz ich die... So, jetzt reicht's mir. Jetzt hab ich die Schnauze gestrichen. Vor mir reicht es. Ich setz jetzt die Uhr ein. So. Uhr bitte. Und jetzt pass auf. Gefälligst. Oh Mann. Jetzt wird's schwer. So, die sammle ich noch ein. Jetzt hab ich nur noch eine Uhr und eine Bombe. Scheiße. Aber das Level ist wenigstens geschafft. Puh. Heavy. Oh, was ist das denn hier? Gummibärchen. Angriff der Haribos. Oh, warum verrecken die nicht? Hauptsache ich verrecke. Ne? Geht's klar. Guck dir das an. Ich kann nicht schießen, wenn ich unter Stein bin. Ich krieg die... Ah, Mann. Oh, da kommt jetzt wieder ein böser... Oh, ein böser... Ein böser Manneken, der mich beschießt. Hilfe. Warum landet der immer wieder auf den Stein? Wie oft muss ich ihn treffen? Ich weiß es nicht. Sehr oft anscheinend. Ja, jetzt ist er weg. So, Sandhaufen weg. Oh, ah, Haribo. Das ist jetzt der Haribo. Oh, Mann. Ist das schwer. Achtung, Haribo. Die laufen nach. Die misst Vieh schon. So, erst mal hier auf das blaue Ding. Wichtig. Oh, hast du das gesehen? Der ist durch die Wand gelaufen. Der kleine Drecksack. Jetzt aber Turbo einschmeißen. Ah, du kleines perverses Missspiel. Ah, yes. Das ist Maria und Josef. Es läuft nicht. Es läuft einfach nicht heute. Ah, lecko mio. Oh, ich laufe oben entlang. Auch gut. Und tschüss. He, 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 he. Da gucken sie die ganzen Gummibärchen. Oh, was ist das denn? Eine Mischung aus Fliege und Hund. Ja, gibt's alles hier bei Hard and Heavy auf dem Commodore 64-Züge. Warum schießt er die Steine nicht kaputt, Mensch? Geht doch. Seltsame Steine. Hier sieht ja alles so anders aus. War wohl ein Versuch, der Programmierer. Wie?